Südhessen In Südhessen ist ein Kindergartenkind an einer Meningokokkeninfektion gestorben. Die Erreger können eine Hirnhautentzündung und Blutvergiftung auslösen. Nach dem Tod eines Kindergartenkindes in Südhessen sind im Landkreis Bergstraße keine weiteren Meningokokkeninfektionen aufgetreten. Das Kind, dessen Alter und Geschlecht nicht bekannt sind, stammt aus dem Ort Lindenfels. Es war am Freitagabend an den Folgen der Infektion gestorben. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts wurden im vergangenen Jahr 278 Meningokokkenfälle in Deutschland gemeldet, 18 davon in Hessen. Das waren weniger als die 338 Fälle des Jahres 2016, 20 in Hessen. Damals starben 24 der 338 Infizierten, wie viele Fälle 2017 tödlich verliefen, ist noch nicht bekannt. E. I. J. R.